Hallo meine Mäuse, so da ist alles ein bisschen länger her, das weiß ich selber. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich habe momentan einen Server, auf dem ich auch ganz gerne zocke. Und da sind ein paar Zuschauer-Boys, das ist alles dumm am Laden, das sieht ja aus wie beim Henner. So, auf jeden Fall haben wir ein paar Zuschauer schon drauf gebaut, das ist echt toll. Das ist echt toll, was tut das? Ja, auf jeden Fall haben wir ein paar Zuschauer gebaut. Und ich habe mir gedacht, das wäre echt der mal cool, wenn ich den Leuten jetzt zeigen würde ich hier. Deswegen wollte ich erst mal fragen, ob das für euch okay ist, wenn ich es zeige, wenn ich es mir auch egal, ich möchte es trotzdem. Aber ich dachte mir, das ist ja anständig, wenn ich erst mal frage. Geht also an die ganzen Twitch-Zuschauer, die hier mitgebaut haben. Wenn ihr das möchtet, dann sagt das ist ja, sagt das okay. Sagt einfach, ja, ja, mach du mal, mach du mal den Scheiß. Und dann würde ich ganz gerne hier Sachen vom Server zeigen. Und, ja, dann passt das doch. Ansonsten würde ich das einfliegen jetzt noch ein bisschen um und höre diese schöne Musik. Bis zum nächsten Mal, tschüss.